Dann, dürfen wir das Grab mal aufmachen, denke ich. Hier. Hä? Achso, klar, klar! Schick mal die Wand weg! Ähm... Ich darf nicht... Ah, jetzt. Ich steh mal nebendran. Hier, Brüste zur Aufmütterung. Oh ja, die Wobbelphysics. Komm streng dich an. So! Da! Testosteron-Schuh! Die ganze Wand... Nein, die Wand war nicht locker. Das war für die ganze Wand. Ja... Ops... Ha! Dodge! Wow. Hast du's gesehen? Ja... Da ist noch ein Waffenständer. Gehen wir schon mal. Gott! Ich wollte nur... Da ist noch einer. Ah... Ich wollte nur die... nur die Vase zerschlagen. Die nehm ich mir mal ein BAM! Du bist einfach zu stark! Hahaha... Wenn du die Tür aufmachen willst, dann reißt du die Klinke mitsamt der Tür ab. Ich wollte ihn nur umarmen! Hahaha... Kehr zu gar... Schlüssel? Überraschung. Für mich? Was kann da drin sein? Ja... Ich guck grad noch was drin ist! Okay! Kennen wir? Ja... Oh, ich liebe unsere Charaktere! Ja, einfach nur... Vagina und Nippel bedeckt. Straditionally placed. Ja. Oh, so ein Au... Stimmt, die gab es ja auch noch vor 8 Jahren! Das Hohn! Da ist ein Hohn! Da ist ein Hohn! Ich will nicht mehr ein Hohn! Ich krieg das Hohn hier an! Könntest du erst die Gier töten und dann... Nein! Oh Gott! Ah, einfach hauen! Ein riesiges Auge-Dex hat uns gesehen! Ich wollte nicht mehr ein Hohn! Ich hab nicht viel zu tun! Scheiße, du hast das Hohn nicht getötet! Ich wollte gerade sagen, ob du es bekommen kannst! Vorgerendert. Ja! Jetzt muss gleich irgendeine Grafischspielerei kommen! Das ist das Hohn! Ich hab nicht mehr gebrochen! Nein, das ist ein Drache! Nein, das ist nur ein Drache! Das ist ein Drache! Das ist ein Drache, aber wir können echt sicher! Das ist einfach mal! Easy! GG 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 WB Stop beating Huhn 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 Die beiden besten Mercenaries Okay, aber trenutiere mich Mein Parsi Halt mal schnell Geh mal kurz weg Habs Oh, pass auf! Battlefield Frostmite Engine Hm Nope, ich hab mal durch dich Filthy man scum What? 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 Ich fahr grad durch die Welt Wo bist du? Ich fahr grad durch die Welt Ähm, gucken was passiert Ähm, Moment, Moment Gehst du vielleicht um die Tür oder so? Was? Warst du tot? Ja Oh nein, da ist eben gestanden, was die Dragon Tears machen The most average game Ab und zwar abstürzen, mal fällt man durch die Welt Das ist schön Ja, das ist schön Aber wenigstens keine Performance-Probleme Was da war sie Guck und WIW Keine was, keine? Keine Performance-Probleme Ja, das ist schon wohl Das sieht nicht gut aus Mir irgendwie scheint so zu sein, ne? Wenn sie es wirklich so ist, dann kommt mir ein bisschen verarscht vor Irgendwie vergesse ich mir die Tasche, indem man sich den Scheiß anzeigen lassen kann Es ist mir angezeigt, dass ich mich hier hinstellen soll Ja, auf welcher Schatz die Kammer sich anzeigen lassen Ich weiß es nicht, doch ich hab's noch ein bisschen umgelegt Ich weiß es nicht, doch ich hab's noch ein bisschen umgelegt Ich bin jetzt das Man hat kein Stand, man macht einfach nichts mehr Mehr Wie, wir trinken das hier Du Schlampe! Was hast du gemacht? Du hast immer da reingefahren. Was? Ich hab mir schon gedacht, die trinkt daraus. Nee. Ich... So. Du bist ja eben durch die Welt gefallen. Ja, und ich mache brav meine Animation weiter. Du gehst mir vor, stellst dich vor mich einfach flotischen Mond lang. Fuck this shit. Ja, jetzt bin ich hier unten. Wie hier unten? Ja, ich laufe gerade um nichts rum. Oh ja, festfallen, noch eh gut. Noch ein O, ja? Sehe alles, was du siehst? Was? Jetzt kann ich eh, aber ich bin immer noch hier unten. Ah, jetzt bin ich wieder hier unten. Jetzt bin ich wieder hier unten. Oh, ich falle immer weiter. Ich bin in diesem schwarzen Skiff. Ghhhhhhhh 옷, Käthogs von Bine. Ich könnt die view gerade von рассказывieren. Wo hast du gerade eben einen- Oh ich hab alles gut geboren. Aber jetzt mache ich gerade noch Volker an der Animation. Hey, rutsch. Was war das eben!? Dreht sich um, flupp weg! Hah hahahaha So. Und bitte, diesmal bleibt bei mir! Ich probier's! Okay! Looking fresh, looking fresh as fuck! Oh, meine Riesenkeule! Meine Rasse wurde dir schon ausgerottet! Was? Meine Rasse wurde dir schon ausgerottet! Au! So! Au! Ach so, ich dachte, du meinst, Leute, die freiwillig in der IT arbeiten! Was? Darum geht's aber leider wirklich mehr, als die, die Kinder arbeiten wollen! Ja! Das ist jetzt wieskommend oder so, aber das ist wirklich leider, was ich schaden finde! Computer geben weniger Widerworte! Ich bin ziemlich sicher! Ich bin ernsthaft, dass ich glaube, ich bin ein bisschen zu sicher! Computer zu flagen, wenn sie nicht recht gehen! Er streicht ab, ab! Okay! Aber trotzdem! Wenn man, wenn, wenn, Kinn fällt hin, zieht an die Beine! Und jetzt SIN sagt, Karrie, was ist denn? Hingefallen! Oder das Ursache ist, kann's beheben! Computer ist gleich Absturz! Warum? Heule an! Alles in der Sofa! Was willst du? Du bist ab! Ich muss mich gerade vorstellen! Ich bin gerade auf Instagram! Ich bin hingefallen! So! Keine Ahnung! Hier hat alles noch schlecht! Da ist ein Stein! Ich bin so gegen ein Stein gelaufen! Kann sein! Das stimmt um mich nicht! Ich bin eineliein! Ich muss die anderen dann weg! Tja, was soll ich denn sehen!? Ich bin auf. Alles in der Nähe! 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 In der Nähe! Alles in der Nähe! Was ist das Problem? Ich kann's keep up... Das ist schön. Geist, langst du mir doch. Halt! Halt! Sie können nicht mehr. Sie sind aber nicht so. Sie gehen nicht mehr. Was ist denn? Was machen Sie das, was unser ganzes Lass? Schleck von seinen Augen, die Höhle von seiner Mache. Okay. Besser. Glaube ich nicht. Ich kann mir mal vorstellen, wie sieht es aus, wie sieht es aus. Wie sieht es aus, wie sieht es aus, wie sieht es aus. Das ist ähle. Ja. Ich freut mich gerade. Ich weiß nicht, ich bin nicht so nett, wie sie gedacht haben. Ich bin nicht nur eingetragen. Du hast eben richtig Angst gehabt. Das Animation! Ich glaube, Slack wird aus Menschen gemacht. Nein! Slack am Piepe! Und du wolltest den Scheiß saufen. Das Spiel wollte ihn saufen. Ich bin in der Boden. Bei mir warst du im Boden. Bei mir warst du im Boden. Bei mir warst du im Boden. Gut. Jetzt haben wir in der Boden. Bei mir hat sich nichts bewegt und als die Kanzel vorbei war, bin ich einfach runter von der Plattform. Bei mir sind wir ganz kurz die Waffe runtergefahren, aber dann am Ende sind wir auch runtergefallen. Die Deathstone! Use die Deathstone! Ah! Let's do it! Ja. Bei mir nicht. Immer noch nicht. Sie hat eine leere Hand. Wenn du dich realisierst, die Cheatung der Death ist ein gutes Ding. Was ist denn? Schlafen sie jetzt? Nein, ich glaube wir kontrollieren sie jetzt. Es hieß doch irgendwie, der hat sie doch auch irgendwie mit dem Toten Stein... Voll krass. Voll krass. Was denn? Warum kämpfen wir gegen alle? Hahahaha! Wir kommen mit einer Lasse einfach! Hahahaha! Hahahaha! Jetzt lache ich immer bei der Cover! Hahahaha! Hahahaha! Aber ist schon was cool! We're now puppets! Of course not! You're heroes! Nein! Wir sind keine Helden! Der hat keine Nase! Hahahaha! Guck! 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 Du die Narbenlöchler! Guck! Guck! Erstmal schwimmen vorhanden! Guck. Scheinlich in den Fleck. Ich hab jetzt einen Fehler, der gerade durch die Welt fällt. Ich glaub der ist jetzt groß. Wie kommst du da drauf? Ich glaube ich das. Bist du der Götter. Hat er auch wenigstens gesagt.